Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Debatte über den Einsatz westlicher Waffen in Russland beim NATO-Außenministertreffen in Prag. Das jüngste NATO-Außenministertreffen sorgte in der internationalen Gemeinschaft für erhebliche Aufregung, insbesondere in Bezug auf die Debatte um den Einsatz westlicher Waffen in Russland. Diese Diskussion führte zu intensiven Gesprächen und teilweise kontroversen Positionen innerhalb der Mitgliedstaaten. Angesichts der geopolitischen Spannungen und des anhaltenden Konfliktes in der Ukraine mussten die Minister einen Konsens finden, der sowohl die Sicherheitsinteressen der Allianz als auch die diplomatischen Beziehungen zu Moskau berücksichtigt. Hintergrund. Der Krieg in der Ukraine, der seit 2022 andauert, hat die Sicherheitsarchitektur Europas grundlegend verändert. Zahlreiche westliche Staaten, allen voran die USA, Großbritannien und Deutschland, lieferten der Ukraine umfangreiche militärische Unterstützung, um deren Verteidigungsfähigkeiten gegen russische Aggressionen zu stärken. Doch mit den jüngsten Entwicklungen kamen Berichte auf, dass in Russland selbst immer mehr westliche Waffen aus diesen Unterstützungspaketen auftauchten. Ein Umstand, der in mehreren NATO-Staaten Besorgnis ausgelöst hat. Standpunkte der Mitgliedstaaten Beim Treffen der NATO-Außenminister gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie mit dem Problem umzugehen sei. Insbesondere Länder, die direkt an Russland grenzen, wie die baltischen Staaten und Polen, zeigten sich stärker alarmiert über die möglichen Konsequenzen. Gemäß einer Erklärung des lettischen Außenministers Artis Pabriks müssen wir sicherstellen, dass unsere militärische Unterstützung nicht zu einer Eskalation führt, die wir nicht kontrollieren können. Ähnliche Bedenken wurden von anderen Ost-Mitgliedsstaaten geäußert. Auf der anderen Seite betonten westlichere NATO-Staaten wie Frankreich und Deutschland die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin robust zu unterstützen. Wir dürfen nicht an unserer Entschlossenheit zweifeln, der Ukraine zu helfen, ihr Territorium und ihre Souveränität zu verteidigen, sagte der deutsche Außenminister Annalena Baerbock. Diese Staaten argumentierten, dass der eigentliche Fokus auf der Kontrolle und Nachverfolgung der gelieferten Waffen liegen sollte, um Missbrauch zu verhindern. Die Position der USA. Die Vereinigten Staaten spielten eine Schlüsselrolle in den Gesprächen. Außenminister Antony Blinken stellte in seiner Rede klar, dass die USA weiterhin der Ansicht sind, dass eine starke militärische Unterstützung der Ukraine notwendig ist, um die russische Aggression zu stoppen. Dabei betonte er jedoch auch, dass Washington Maßnahmen ergreifen werde, um sicherzustellen, dass die Waffen nicht in Russland oder in falsche Hände gelangen. Wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen effektiver Unterstützung und der Vermeidung von Eskalationen, erklärte Blinken. Russlands Reaktion Russland beobachtete das Treffen mit Argvon. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov kritisierte die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine erneut scharf und warnte vor den unvorhersehbaren Konsequenzen einer weiteren Eskalation. Die Lieferung von NATO-Waffen an die Ukraine und deren Präsenz in Russland selbst führt zu einer gefährlichen Destabilisierung der Region, sagte Peskov. Der Kreml drohte mit Gegenmaßnahmen, sollte die NATO ihre Unterstützung nicht einschränken. Analyse und Ausblick Die Debatte um den Einsatz westlicher Waffen in Russland zeigt die Komplexität und die Herausforderungen, denen sich die NATO gegenüber sieht. Einerseits steht sie vor der Aufgabe, die Ukraine in ihrem Kampf zu unterstützen, während sie gleichzeitig die Spannungen mit Russland nicht weiter verschärfen will. Dies ist ein Balanceakt, der durch unterschiedliche nationale Interessen und Sicherheitsbedürfnisse innerhalb der Allianz noch weiter erschwert wird. Experten wie Dr. Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund warnen, dass die NATO ein kluges und koordiniertes Vorgehen benötigt. Missmanagement bei der Waffenlieferung könnte nicht nur die Stabilität der Region weiter gefährden, sondern auch das Vertrauen in die NATO untergraben, sagte Kleine-Brockhoff in einem Interview. Zudem wird die Rolle internationaler Beobachter und Organisationen wie die OSCE immer wichtiger. Diese Organisationen könnten dabei helfen, die genaue Verteilung und Nutzung der gelieferten Waffen zu überwachen und so das Risiko des Missbrauchs oder der Eskalation zu minimieren. Schlussfolgerung Das NATO-Außenministertreffen hat gezeigt, dass die Allianz vor einem Dilemma steht, das sorgfältig gehandhabt werden muss. Der Fokus wird darauf liegen, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen, ohne dabei die Spirale der Gewalt weiter anzutreiben. Die offenen, aber konstruktiven Diskussionen und der erklärte Wille zur Zusammenarbeit lassen dennoch hoffen, dass die NATO eine Lösung finden wird, die sowohl der Verteidigung der Ukraine als auch der Stabilität der Region gerecht wird. Autor Anita Farke, Donnerstag, 30. Mai, 24-Hack. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.